Kennst du die Geschichte von Hazard Umar Zidala Anhu, bevor er den Islam annahm? Er ist wütend. In voller Rage geht er zu seiner Schwester. Sie hatte den Islam angenommen. Umar sah rot. Man wusste nicht, was jetzt geschehen wird. Doch dann hörte er den Koran. Hazard Umar war ergriffen. Kurze Zeit später nahm er den Islam an. Ausgabe, miram, es ist die Geschichte von Hazard Umar Zidala Ange.